Hallo Leute, willkommen zum Auflösungsvideo des Events Game Taufsuche. Diesmal hat wieder kein User ein oder auch zwei Kommentare, da maximal zwei erlaubt waren, mit der Anzahl der zu findenden Sachen gepostet. Ich finde das irgendwie komisch. Beim letzten Auflösungsvideo hat ein User gesagt, dass er die Game-Ustersuche verpasst hat und sich nur ein Event der gleichen Art wünscht. Und ein anderer hat bei dem neuen Infovideo gesagt, dass er mitmachen würde. Und wer hat mitgemacht? Leider keiner. Ich bin jetzt auf keinen Böse oder so, ist ja schließlich weniger Arbeit für mich. Aber ich würde gerne wissen, wieso denn keiner mitgemacht hat. Damit ich dann das nächste Mal schlauer bin und es besser mache. Lag es eventuell daran, dass es einfach zu viel Arbeit ist, alles fünf Tage lang zu zählen oder hattet ihr einfach keinen Bock darauf? Kann ja auch sein. Schreibt es einfach in die Kommentare. Übrigens, man musste nur die Anzahl der gesamten Sachen nennen und nicht wie viel von welcher Sache da ist. Es gab 15 Sachen zu finden und ich habe mir extra immer andere ausgedacht. Vielleicht lag es ja da dran. Eventuell probiere ich beim nächsten Mal ein Event zu machen, wie es alle YouTuber machen. Abonnieren, liken und das in den Arsch schieben, teilen und was weiß ich noch was. Auf jeden Fall ist das nicht das letzte Event auf diesem Channel. Ihr könnt euch schon in Kürze auf ein neues freuen, bei dem es diese zwei Spiele und noch ein weiteres zu gewinnen geben wird. Mit diesen Worten benne ich noch das Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss!